Für mehr Lebensqualität, Villa Gaza, Euer Vermarkt und Wohneigentum, mein Name ist Markus Gerber. Sonntag am Morgen sind die Kinder ganz ungeduldig, weil sie das Planschbeckchen aufgestellt haben, um zum Bad adossen auf der Terrasse. Ein 6,5 sind wir einfamiliell, also das ruhig gelegen in Erlenbahn. Kindergarten, Schule, Einkommen, ÖV ist alles vorhanden. Wusstet ihr, dass wir in 9 Minuten sogar auf der Autobahn in Mimmis für Richtung Thun, Bern, Indlach, Kantertal sind? Wenn ihr einen Neubau realisieren möchtet und eure Wünsche einbringen möchtet, dann ist das die Gelegenheit. Für Fragen oder eine Besichtigung von Berzellen stehen wir gerne zur Verfügung. Mein Name ist Markus Gerber. ? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.